Sie kommen! Der kleine Scheiß hat uns verarscht! Benni, Sie haben es rausgefunden! Hey, stehen bleiben! Ist das eine Unterhose oder eine Waffe? Hat Oma mir geschnitzt! Mia! Bleibt in Deutschland! Komm nicht her! Ich will Schluss machen! Klingt nach einem Job für uns! Klappe Alice! Luca! Er hätte nicht kommen dürfen! Was war ein Bergwerk? Sein Schatten! Er kam auf mich zu und streckte seine Hände nach mir aus! Ein Geist? Totaler Blödsinn! Jemand sollvertiert euren Hof! Das ist schon eine ganze Weile! Okay, danke! Warum sagst du es ihr nicht endlich? Was denn? Na, dass du in sie verknallt bist, du Schlumpf! Warum muss ich es denn noch sagen? Ach, Jungs! Wer den Berg betritt, ist verflucht! Das ist das Zeichen des Schwarzen Königs! Sie sind mit mir! Da sind sie! Okay! Ein, zwei, drei! Immer wieder die zwei! Wer ist die Frau? Auf ehrwoll! Auf ehrwoll! Auf ehrwoll! Wir sind die Pfefferkörner! Wir sind die Pfefferkörner!